... verpflichtet, jedes einzelne Video von jemandem zu gucken, nur weil man ihn abonniert hat. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Du kannst ja auch Video A nicht anschauen, aber dann das Video, was am Abend kommt, anschauen. Ja, das ist ja... Da haben viele wahrscheinlich den Sinn eines Abos nicht verstanden. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Ja, heute spielen wir mal wieder Jump League und... Okay, das Modul hier, glaube ich, habe ich... Habe ich das schon mal gespielt oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern. Und ja, ähm... Ich habe ja in den letzten Tagen gerade nur den Minecraft Story-Modus gebracht, wie heute ja auch. Also, ich weiß noch nicht genau, wann dieses Video online kommen wird. Entweder vor dem Story-Modus oder jetzt eben danach. Das wisst ihr besser, weil, ähm... Wenn ihr das Video guckt, dann schätze ich auch, dass ihr den Story-Mode geguckt habt. Ähm... Und zwar möchte ich einfach mal darüber reden, wie ich das manchmal empfunden habe, wenn ich den Story-Modus, äh... Naja, wie soll ich sagen... Äh... Wenn ich den aufgenommen habe. Ähm... Es war so, mir macht dieser Story-Modus ultra viel Spaß und ich finde den auch mega, mega cool. Aber ich verstehe dann halt nicht diese Leute, die dann sagen, spiel was anderes sonst, die Abo. Ähm... Also, erstens, man ist ja sowieso nicht dazu verpflichtet, jedes einzelne Video von jemandem zu gucken, nur weil man ihn abonniert hat. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Du kannst ja auch, äh... Video A nicht anschauen, aber dann das Video, was am Abend kommt, anschauen. Ja, das ist ja... Da haben viele wahrscheinlich den Sinn eines Abos nicht verstanden. Ähm... Aber, natürlich ist es so, wenn euch, äh... Der... Also, es ist ja nur ein mini-kleiner Teil. Aber wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, äh, ja, Minecraft Story-Mode, scheiße und so weiter, dann ist das deren Meinung und ich verstehe das dann auch. Und, äh... Ja. Also, das ist wie gesagt, ich möchte den gerne zu Ende spielen. Und es ist jetzt so, jetzt kommen ja erst mal sowieso drei Folgen. Ich, ich merke gerade irgendwie, dass ich gar keine Sounds habe. Ähm... Es ist nämlich so, natürlich, ähm, macht man jetzt nichts komplett, wenn das zum Beispiel komplett zerhated wird oder wenn die Leute da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Aber, ich habe ja Bock drauf. Und, äh... Es gibt auch einige Leute von euch, die wirklich Bock drauf haben, die dann auch immer schreiben, ja, wann kommt die nächste Folge und so weiter. Das ist so ultra spannend gerade. Und ich freue mich dann immer mega, wenn ich da so eure Rezession dazu lese, weil, keine Ahnung, das freut einen halt einfach, wenn man das liest. Ähm... Natürlich ist es jetzt nicht vielleicht das ultra spannendste Spiel für Leute, die es nicht selber spielen, weil das Einzige, was man in diesen, äh... Ich sag mal, Let's Play macht, ist Fragen beantworten, zumindest großteils. Man geht dann schon auch rum und guckt da manchmal in Kisten und so. Und man muss einfach so sagen, wie es ist, dieses Spiel ist eigentlich kein richtiges Spiel, das man Let's Playen kann. Ähm, also, beziehungsweise Let's Play tauglich ist. Ähm, ich sag jetzt, es ist noch so an der Grenze, weil, ähm, natürlich macht man meistens, äh, ähm, Let's Plays, ich nehme jetzt mal als Beispiel Assassin's Creed. Das geht dann da ein bisschen einfacher. Man hat ein bisschen mehr Action, man kann ein bisschen mehr Saver spielen. Und, äh, guckt sich halt nicht so viele Sequenzen an, weil es beim Let's Playen ja auch teilweise sehr viel um Sprache geht. Es geht sehr viel um, um das Ganze zu kommentieren, was man macht. Und, ähm, ich finde dann halt, das geht bei dem Minecraft Story Modus nicht so gut, wie vielleicht bei anderen Spielen, weil eben, ähm, das Ganze hier nicht so krass auf Sprache basiert ist, dass man so viel spricht, weil selber sehr viel gesprochen wird durch die ganzen Sequenzen und so. Und natürlich möchte man als Let's Player nicht dazwischen quatschen. Man kommentiert natürlich das dann, was, äh, passiert ist und so weiter und so fort. Oder wenn es dann zum Beispiel eine Kampfszene oder sowas gibt. Aber im Endeffekt muss man einfach so sagen, wie es ist. Es ist kein richtiges Spiel, das man mit Sprache let's playen sollte. Da gibt es bessere Möglichkeiten dafür. Trotz alledem habe ich mich aber dafür entschieden, das auf meinen Kanal zu bringen, weil ich, äh, ich sage jetzt mal ausschließlich einen Minecraft Kanal habe, aber trotzdem auch mal was anderes bringen möchte. Und da das jetzt nicht so von Minecraft entfernt ist und doch immer noch, ähm, was mit Minecraft zu tun hat, finde ich das einfach eine super tolle, äh, Abwechslung mal zu, 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 zu dem täglichen Minecraft Let's Plays. Ähm, und deswegen habe ich das auch hochgeladen. Also ich habe nie irgendwie, äh, drüber nachgedacht, jetzt, äh, zu sagen, yo, ich bringe das jetzt nicht, nur weil ich, äh, normalerweise Minecraft PvP bringe. Ich hatte auch schon öfters mal überlegt, äh, etwas anderes zu machen. Ich meine, das Einzige, was ich bisher immer anders gemacht habe, waren meine Angespielt, ähm, Folgen. Und, ähm, da muss man aber auch ehrlich gesagt dazu sagen, das war halt nur Angespielt, ne. Das war halt nicht, äh, das war halt kein ganzes Let's Play davon, sondern, ja, super geil. Bin direkt vor der Stauzer runtergefallen. Es war halt wirklich nur ein Angespielt und es war kein, ähm, es war halt kein Let's Play davon und deswegen, äh, hat sich da auch niemand beschwert, weil entweder er guckt sich das Angespielt an oder nicht. Aber ich generell hätte Bock einfach mehr, äh, auch so andere Sachen hochzuladen, die jetzt eventuell nichts mit, äh, Minecraft zu tun haben. Aber das Problem ist dann immer, wird das akzeptiert, wird es nicht akzeptiert und viele sagen dann, ja, scheiß doch drauf, was die anderen sagen. Ich sag dann immer so, ich möchte jetzt aber auch nicht komplett drauf scheißen, weil immerhin, ihr seid ja auch eigentlich der Kanal, ja. Ihr seid ja auch, äh, der Grund, warum man eigentlich YouTube macht auch. Natürlich auch, weil man selber super Spaß dran hat und weil ich super gerne Videos produziere. Ich hab früher zum Beispiel, ähm, das sind alles Videos, die nicht auf YouTube gelandet sind, äh, einfach Spaß-Hobby-mäßig zu Hause irgendwelche Real-Life-Videos gedreht, weil einfach einen da Spaß macht, einfach vor der Kamera irgendwas zu machen. Egal, ob es jetzt ein Vlog ist, ob es jetzt ein, in Anführungszeichen, Comedy-Video ist oder sonst was. Also ich hatte da immer ultra Spaß dran und, ähm, dann hab ich halt irgendwann die Gaming-Szene für mich entdeckt und dann muss ich sagen, keine Ahnung, ich spiele sehr, sehr gerne und natürlich, ähm, erzähle ich auch gerne Dinge und irgendwie hat sich das dann so verbunden. Und natürlich muss man auch sagen, es hat, äh, wirklich lange gedauert bis zu 1000 Abonnenten. Ähm, das war, puh, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange das gedauert hat. Ähm, aber auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich lange. Dann war es nämlich so, irgendwann hab ich halt dann Simon kennengelernt, durch Simon bin ich dann auch in Leben reingekommen und so weiter und dann hat das alles zu seinen Lauf genommen und dann kamen eben die ganzen vielen Abos. Dann muss man natürlich dazu sagen, ähm, natürlich hat so ein Push nicht immer nur Vorteile. Ähm, natürlich hat man vielleicht eine große Abozahl dastehen, aber nicht immer sind alle Abonnenten dann auch aktiv. Natürlich finde ich das auch sehr schade, weil ich mir denke, ich gebe mir ja doch sehr viel Mühe immer bei meinen Videos, auch wenn man sagt, äh, ja, zum Beispiel ConCraft, da gibt sich viel mehr Mühe und so. Natürlich, der schneidet seine Videos super unterhaltsam, er schneidet sie halt meistens sehr kurz, aber so, dass die wichtigsten und lustigsten Sachen drinnen sind. Ähm, und ich muss sagen, ich bin halt nicht so der, der gerne in Gameplays oder sowas Jump Cuts reinmacht. Bei anderen spielen vielleicht eher, aber in Minecraft mach ich das halt nicht so gerne. Und, ähm, ja, und deswegen hat er ja jeder seine, seine Art, wie er das spielt oder seinen Stil. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ich finde, das ist auch gut so, weil wenn jeder die gleichen Videos machen würde, dann wäre es ja auch langweilig. Das wäre wie, wenn im TV nur das Gleiche läuft. Ich meine, meistens ist es so, meistens läuft nachmittags nur ACTV und, äh, abends irgendwelche Reality-Shows, aber trotz alledem, alter Schwede, der gibt es mir schon heftig ein bisschen mit der Angel hier. Hau ab mit deiner Angel, ey. So, gut, jetzt muss ich aufpassen, wenn der Typ ist hier jetzt. Äh, äh, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Er ist geläftet? Lol. Okay. Warum ist er denn geläftet? Das finde ich schade. Nur wenn ich ihn einmal getötet habe, das ist doch nicht in Ordnung, Leute. Das sollte man nicht tun. Hat der nur einen Bogen oder so? Alter, wieso spammt der mich so zu? Oh, alter Schwede, der hat mir ja jetzt mit dem Bogen die jetzt gegeben. So, jetzt muss ich da aber ganz schnell hin und den vielleicht abstauben oder so. Borscht war das, oder? Ja, nee, Alboton. Aber der hatte nur noch ein Leben. Das ist ja das Lustige. Oh, den habe ich jetzt abgestaubt. Tut mir leid. So, hatte der noch irgendwas Gutes für mich vielleicht? Oh Gott. Ich habe ihn und jetzt muss ich laufen. Jetzt muss ich laufen, weil ich habe jetzt noch zwei Leben. Ich regeneriere jetzt aber. So, ganz schnell was essen hier. Dieser Abantone davon, der hat nämlich gute Bogenskills. Oh, oh. Ich laufe noch ein bisschen und weil Regen tue ich ja schließlich noch. Alter, der immer mit seinem häsligen Bogen, ne? Gehen da jetzt irgendwie beide auf mich oder was ist da los? Alter, die sind beide auf mich gegangen. Wo sind die? Jetzt muss ich natürlich schnell kommen, weil wenn ich jetzt irgendwie das schaffe, den da oben, wenn er noch nicht gerackt ist, jetzt zu töten. GG. Alter, das war jetzt abgestaubt. Alter, wie scheiße. Das war jetzt gar kein schöner Endkampf. Naja, egal. Aber ich muss den jetzt einfach töten. Ich glaube, ich hätte sonst keine Chance gegen den gehabt. Aber egal. Wir haben viele Leute jetzt getötet in der Runde. Ich habe ein bisschen was erzählt darüber, wie ich das eben empfinde, was so Videos hochladen generell betrifft. Und ja, ich würde natürlich mal sagen, das war's von dieser Round Minecraft. Und ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte die positive Bewertung nicht. Das zeigt mir immer, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und tschüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.